hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two auch wenn der ep sich gerade versucht hinter mir zu verstecken ich kann mich klonen genau das war das jetzt aber mal einen tag nicht gespielt und ich habe keine ahnung mehr was wir jetzt eigentlich alles machen können wir schauen wo wir auskommen wie macht mir das angst dass es immer zusammen und wird auseinander geht es bleibt es zusammen ich vertraute nicht so ganz entgegner war plattform sieht nicht gut aus wo war ich kann mich bewegen sagt es doch nein ich bin weg aber schaffe du kommst in der mitte wieder sowas darf man nie fragen schatz ich bin weg ich bin weg Oh, ich kann nicht versehen. Hilfe! Nein! Ich war aber nicht da, wo es hingehen sollte. Hä? Sag mir nicht, was das zurückgespult ist. Das war ich nicht. Was ist das, Cody? Nein, nein! Die Kloch-Tower ist messing mit uns. Äh. Was heißt? Achso, wo? Was müssen wir machen? Hallo? Ich verstehe es nicht, ich gerade. Du musst auf jeden Fall ausweichen. Keine Ahnung. Oh, Crap! Versuch uns kaputt zu machen, indem die immer die gleichen Wege von uns abpasst. Also du musst immer woanders hinlaufen. Das Problem ist, wir haben jetzt keinen Platz mehr. Oh, fuck! Oh, also die Blauen, das sind wir. Nur so zur Info. Oh, was macht dieses Ding mit uns? Achso, bis die alle unten... Ach, wir müssen... Wir müssen die, glaube ich, da drauf... Müssen wir diese Weißen wegkriegen, kann das sein? Ich glaube, ja. Ja, 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 ja. Okay. Gut, dass wir es jetzt überstanden haben. Ja, ne? Bin ich auch. Wir sind ja so die Helden. Ich hab nur ich jetzt verstanden. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm... Ähm... So, warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ah! Oh, das solltest du langsam. Wollt ihr mich verarschen? Ähm... Die Frage ist, wo muss ich dann als nächstes hin? Äh... Ja, wir probieren es mal. Achte nur drauf, dass ich hier nicht in den Flammen... In flammenden Inferno, äh... Untergehe. Aber wo jetzt hin? Ich glaube, ich hätte auf die andere Seite gemusst, können das sein. Ist da oben noch irgendwas? Ich mach mal vorsichtshalber hier so ein... Hä? Hat die das jetzt gemacht? Hm, das kannst du nicht machen. Nein, was jetzt? Oh, sag mir nicht, du hast das bewegt. Scheiße. Nein. Warte mal, da hinten. Also links. Das soll sich doch nicht ständig ändern. Was ist denn unten mit dem? Geht das kaputt? Kannst du das irgendwie umstellen? Das geht nach rechts. Das ist Maximum. Ich kann nur noch in die andere Richtung. Ne, warte mal. Doch, von hier muss ich weg. Ich muss... Irgendwo in die Richtung. Ach, da hinten bist du. Das heißt... Oh, Mann, dass das immer wieder zurückgeht, das ist so nervig. Das heißt, mach das mal in die andere Richtung. Oh, da kommt das Feuer. Warte mal, warte mal. Nein, nein, das ist nur über dir. Ah, warte... Geht da noch was? Ah, da musst du drauf. Ja, ja. Da kommt was runter. Moment. Ähm, warte. Bleib doch mal stehen. Boah, ich sehe mich nicht. Boah. Okay, weiter. Weiter geht nicht. Geht nur in die Richtung. Ja, warte, warte. Muss ich da unten drauf? Ne, da warst du doch eben. Ja, aber wo muss ich denn überhaupt hin? Moment. Ja, das weiß ich auch nicht. Warte mal, rechts und links sind die Dinger. Warte mal, hier oben ist was. Hier oben kannst du drauf. Da. Ja, aber bringt mir das was? Ja. Hör mich, aber das ist sehr schwer. Du machst großartig, Cody. Ich bin fast da. Ja, Schatz, das machst du gut. Das machst du gut. Das machst du gut. Aber irgendwie weiter geht es nicht. Weiter geht es nicht. Warte mal, gucken wir mal rum. Äh, ich bin da unten in der Flamme. Da stehe ich. Ja, ich sehe es. Ähm. Warte mal, ich gehe mal. Kommst du zu mir hin? Da warst du doch drauf. Ja, mit dem Kleinen. Ist das bei dir in der Nähe? Wie? Lass mich nochmal zurückspringen, bitte. Nein, was machst du? Ja, ich habe es nochmal angepasst. Weiter. Ach, da. Warte mal. Ach, da kommst du hoch mit? Aber da warst du doch eben. Du warst da eben. Aber weiter geht es nicht. Äh, doch. Ich kann auch. Warte mal. So rum kann ich. Ah, warte, 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 warte. Geh nochmal ein Stück zurück. Ja, aber das ist zu weit weg da oben. Ja, das kannst du nicht. Warte mal. Das ist das Maximum in die Richtung. Dreh dich mal um. Rück. Hinter dich. Ja, da ist die Explosion. Was soll ich damit? Ähm. Ich muss entweder nach links oder nach rechts. Aber da führt ja irgendwie kein Weg dahin. Also nehme ich an, dass wir nicht nach unten müssen. Oder können wir da irgendwie... Ne, da können wir auch nicht hoch, ne? Wobei unten auch so zwei Dinger sind, die... Aber die sind beide verschlossen. Vielleicht müssen wir da doch hin oder so. Warte, lass mich nochmal auf das unter mir drauf. Warte, nicht so schnell. So, mach mal... Äh... Andersrum. Das geht zurück. Hä? Wieso geht das zurück? Scheiße. Nochmal ein Stückchen zurück jetzt. Weil ich hatte da noch eins gesehen. Das ging irgendwie nach ganz unten. Noch was? Noch was? Da, siehst du das bei mir? Das unten rechts. Wie komme ich denn da hin? Aber da warst du doch schon drauf. Ja, aber das geht nach ganz unten. Vielleicht müssen wir da unten hin. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen. Da unten müssen wir weiter. Da ist doch noch eine Tür unten. Ja, aber die ist zu. Das... Das verwirrt mich. Aber lass uns mal versuchen, ob ich da drauf komme irgendwie. So. Soll ich da hinspringen? Scheiße. Ich sehe hier nichts mit dieser Kack-Einstellung. Ach, komm. Nee. Also, ich kann die Scheiße-Einstellung nicht beibehalten. Der geht immer wieder zurück und ich gehe ab einer gewissen Höhe Sprung kaputt. Da müssen wir nach oben. Da müssen wir nicht da runter. Da müssen wir doch hier hin. Aber wie komme ich da oben hin? Da geht doch nichts hin. Also, oben rechts wäre eine Option oder oben links wäre eine Option. Beides kann ich mir nicht angucken, weil das immer wieder zurückgeht mit diesem Scheiß-Stick hier. Was ist denn das da hinter dir? Das ist die Explosion. Nee, nicht direkt hinter dir, sondern so seitlich. Was denn? Ich muss schon ein bisschen was ausprobieren, weil... Ja. Ich weiß nicht, wo... Das geht komplett weg, das einer. Du drehst dich in einer... Die kommen hier irgendwie aneinander? Und das geht jetzt nicht weiter, ja? Nein, das ist Maximum. Und in die andere Richtung? Es ist so Maximum. Aber du drehst dich auch nicht in die Richtung, wo man mal gucken könnte. Ja, ich drehe mich immer nach links zurück. Das ist mein Problem. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das schon wieder das Dick ist oder ob das jetzt hier an dem Spiel liegt. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vernünftig angucken. Also da unten wäre was, aber da komme ich nicht hin, da ich nicht so weit springen darf offensichtlich. Also der will mich immer da drauf fokussieren. Keine Ahnung warum. Hol das nochmal ein bisschen... Warte, stopp, stopp. So, worauf will der mich jetzt fixieren? Auf das obere. Mach mal weiter. Aber da waren wir ja eben schon. Da ging es ja dann nicht weiter. So, und worauf fixiert er mich jetzt? Auf gar nichts mehr. Egal. Da oben auf das Ding. Ja, ja, da... Da warst du noch nicht drauf. Nee, aber wo komme ich da hin? Ah, okay, dann fixiert er mich hier drauf. Nein! Willst du mich jetzt verarschen? Der ist doch eindeutig auf dem Ding gerade ausgekommen mit dem Schatten. Wieso springt die da nicht dahin, wenn der Schatten schon da ist? Jetzt fixiert sie mich wieder nach unten. Hallo? Ah, hier mit dem. Okay. Ah, komm schon. So, worauf fixierst du mich jetzt? Äh, willst du mich veräppeln? Hallo? Oh, ich bin gerade erschrocken. Ja, wenn das wieder zurückdreht ist? Nee, andere Richtung. Aber warte, sagst du zu hinten. Aber die Frage ist... Achso, ja, die Platten sind ja... Ja, stimmt. Ich dachte die ganze Zeit, das sind Löcher. Äh, und jetzt? Ich kann nicht kommen. Wie kann ich das abbrechen? Kann ich abbrechen? Hä? Nee, das bist... Dude, also ich kann hier nichts machen. Achso! Na, danke. Also du musst die andere Seite nehmen. Und jetzt? Nee, ich fühle mich anders. Ich auch. Ich habe genug von dir, Klopp. Ja, lass es machen, Nee. Ja, komm, klopp. Ja, komm. Oh Gott! Hi! Hi! Ah, great teamwork! Your relationship is now more in sync. Can you feel it? Huh? Tell me you feel it, come on! Tell me you feel it, huh? 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 I feel stuck. Hey! Are you going to keep up your end of the bargain, Mr. Book of Truth? Uh-huh! Okay, okay! That's the way you want to go? Yeah. Uh-huh! Okay! You like it? Yeah. Okay! Uh-huh! Okay! Let's do it! Uh-huh! 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 Mum! It's working! Our cuckoo clock is working again! This will make Mum happy. She likes it when things are on time. Uh-huh! 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 Letter piece number one! Lumina uno! Three pieces to go! Oh, are you ready for piece number two and lesson number two? No. Good. Ah, what else besides love makes couples stay together? Yeah, mortgage. Kids. No. Attraction. Ta-da. It pulls people together. We don't need attraction. We're getting divorced. Aha. That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Can I finally burn the book? Ding, ding, ding. What are you doing? You don't like it? No. Okay. Okay. You're entitled to your own opinion? Ah! Oh, no! 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 Woo-hoo! Woo! Wah! Yeah! Whoa, whoa! Woo-ha! Woo! Attraction is like a magnet. But you need both pulls. No sound. Plus, minus. Code it. May. Yeah! This magnet will help you rediscover the attraction you once felt for each other. Yeah! Ich wusste nicht beim Plus. Du weißt schon, dass Blau Minus ist. Und da steht auch M drauf. Er hat mich angeguckt und gesagt Plus. Ich bin der Einzige, der Plus ist. Und bei dir steht C. Ich bin der Einzige, die wir in den Schnee bekommen haben. Ja, ha ha ha. Hallo, little ones! Oh, nein. Wir sind in den Schnee-Globen, die wir da haben. Wir sind in den Schnee-Globen, die wir da haben. Wir sind in den Schnee-Globen, um zu bekommen deinen nächsten Buchstaben zu bekommen. Ja, was ist das, wenn wir uns zu sterben, versuchen wir da zu kommen? Ha ha ha! Use deine Magnet-Powers und die Attraktion wird dich aufbauen, Baby. Aha, ja, du fühlst das? Mwah, warm, warm, warm. Mwah, warm, 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 warm! Du magst das? Was ist falsch mit dem Mann? Er ist obszene! Ja, ich... Ich kann ja absolut nur zustimmen. Ja, vielleicht kann man irgendwo in den Weg gehen. Oh, ich hoffe so! Drück mal deine Aktionstaste, passiert aber nichts, ne? Ja, kann ich einen Schnee-Engel machen? Nein! Okay. Er kann nicht zuhören und er kann nicht reagieren. Er ist schlecht. Na, es geht nicht, die Aktion. Also, ich habe keine Ahnung, was wir machen, wie wir es machen, aber ich würde sagen, wir machen es dann zum einen zusammen und zum anderen in der nächsten Folge. Bis dann! Juhu! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020